Sprecht! Ich eile! Repariert mal den Turm. Da ihr ja gerade eh darauf wartet, dass die Bären an den Bäumen nachwachsen. Was ist euer Begehr? Wie ihr wünscht. Was ist euer Begehr? Meine heilige Pflicht. So, das ist schon mal besser. Na gut, kann ich 15 Windschützinnen. Das Bauwerk ist vollendet. Was steht an? So eine große Waffenkammer und noch ein Sanktuarium hier. Spuckt in die Hände Männer! Den Rest dann hier oben. Inklusive großem Haupthaus. Oh, und hier wird es wieder dunkel. Nicht so gut. Wo ist mein Avatar? Da. Also, wo sind wir? Unsere Stadt wird angegriffen. Also, erst hier drüben. Dann da oben. Und dann können wir hier unten. Weil hier unten haben wir ja Verteidigungstürme auch. Was steht an? Und ich weiß noch von der letzten Aufnahmesession, dass hier oben auch noch Gebäude und Gegner sind. Nicht, dass die auch irgendwann einen Spawner kriegen und wir uns mit denen auch noch umprüfen müssen. Oh, das wird langsam ein bisschen... Du alle Menschen los! Endlich wieder kämpfen! Die Rune ruft... Unsere Stadt wird angegriffen! Gut. Ah, ja. Wir können jetzt Wind schützen. Das Gebäude ist fertig. So, als nächstes... Ein Sanktarium noch hier. Frisch ans Werk! Ach ja, und ich könnte auch gleich noch fünf weitere Arbeiter holen. Die hier oben dasselbe errichten. Kampfbereit festem Schritt voraus. Lasst sie nur kommen! Wow! Kommt nur her! Oh, wir sind schon fertig mit der ersten... ...Anladung. Wir werden zum Glück ziemlich schnell ausgebildet. So. Machen wir gleich ein zweites Sanktarium. Also ja, hier ist Mondsilber und ich weiß, hier unten ist Mondsilber. Das heißt, zwei Mondsilber Bienen, damit wir schneller Mondsilber kommen. Wieder eine Truppe Todesboden. Und ja, von da drüben kommen sie auf jeden Fall angerannt. Das heißt, da ist noch... Das Gebäude ist fertig! Guck, hier errichtet mir gleich mal ein großes Haupthaus. Oh ne, sie haben gelernt. Auf meinen Befehl! Folgt mir! Vorwärts! Sofort! Befehl! 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 Vorwärts, Schwestern! Los, Schwestern! Befehl! Befehl! Vorwärts, Schwestern! Kampfbereit! Das Gebäude ist fertig! Kommt nur her! So, ne zweite Mondsilberhalle. Wohin soll ich gehen? Nur zu! Was soll ich tun? Was soll ich tun? Schnell wie ein Pfeil! Elendsegen! Meine Axt wartet schon! So, damit können wir dann in Angriff wagen. Okay. 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 Ich könnte sogar mal reinzoomen. Machen wir das doch mal. Achso, das sind da oben die Amra-Wächter, die ich da sehe. Oh, was ich halt nicht kann, ist in der Position angreifen. Runenkrieger, zu mir! Lasst sie nur kommen! Wohin! Wohin! Kommt nur her! Ja! Ach herrje! Da sind sie aber jetzt gespawnt! Wir sind in Gefahr! Geht es los? Also ja. Okay. Unsere Stadt wird angegriffen! Gegen die Türme haben sie keine Chance. Was steht an? So, was fehlt jetzt noch? Wir haben zwei. Eins von dem fehlt noch. Nicht half zur Ehre! Feinde! Zu den Bögen! Wohin! Kommt nur her! Auf mein Zeichen! Lasst sie nur kommen! Geht es los? Endlich wieder kämpfen! Mit festem Schritt voraus! Sie kreisen uns ein! Das ist eine Falle! Wehrt euch, Schwestern! Die Ahnen rufen uns! Lasst sie nur kommen! Diener der Nacht sind hier! Bereit! Sie kreisen uns ein! Verluste, aber wir werden sie schaffen! Die Ahnen rufen uns! Die Diener der Nacht sind hier! Wohin! Kommt nur her! Freunde! Zu den Bögen! Mehr davon! Los! Stand halten Männer! Lasst sie nur kommen! Es sind zu viele! Was soll ich tun? Was ist eine Falle? Zu den Bögen! Wir sind in Gefahr! Die Linien müssen halten! Was ist eine Falle? Was ist eine Falle? Zu den Bögen! Wir werden angegriffen! Ich greife gezielt den Spawner an! Es sind zu viele! Was soll ich tun? Vorsicht, Gegner! Hier oben sind auch Geister! Wohin soll ich gehen? Auf mein Zeichen! Kampfbereit! Wohin soll ich gehen? Okay! Damit sollten wir die beiden Mondsilberstellen eigentlich gesichert haben! Schon unterwegs! Auf jeden Fall die hier! So! Wir brauchen mehr Elfen! Also! Ersatzelfen! Zwei hiervon! Und vier von! Stand halten, Männer! Nur zu! Nur zu! Das wird nämlich die Wachmänner dann schleunigst ersetzen können! Wobei ich kann ja die sechs davon wenigstens durch Kriegspriester ersetzen! Und ja, hier hoch müssen wir dann auch noch hochgehen! Wir werden angegriffen! Ah nö! Sie kreisen uns ein! Die Ahnen rufen uns! Das ist eine Falle! Auf mein Kommando! Vorwärts! Folgt mir! Folgt mir! Okay! Untenrum wartet du WD! Und los! Wir können nämlich oben rum! Das ist sicherer! Zu allen Menschen los! Meine Axt geht schon! Was soll ich tun? Befehlt! Euer Nummer vier Windschützen! WD! 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 Wer hat mich nicht nur noch mal auf! WD! 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 muss man an dieser stelle einfach etwas dorthin ich eile hier sofort elends segen wohin soll schnell wie ein pfeil ich höre wartet schon